Hallo, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass du dir das Video wieder anschaust. Diesmal direkt von der Nordsee Christi. Heute ist das Kreuzfahrtschiff, mein Schiff 3, hier in Coxhaven angekommen. Es hat viele Mitarbeiter der Kreuzfahrtrederei an Bord und bringt diese hier an Land, damit diese in ihre Heimat zurückkehren können. Hauptsächlich die Philippinen. Ich werde dann jetzt gleich mal meine Drohne starten und versuchen in die Nähe des Schiffes zu kommen. Viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns in meinem nächsten. Bis bald, euer Matthias. Ich werde dann gleich mal meine Drohne starten und ich werde dann gleich mal meine Drohne starten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik 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 It's the strangest feeling long and hurts like hell And this day starts to kill us Kill us This day starts to kill us Kill us Kill us Kill us Kill us That was a very exciting flight I'm going to go again in the air and try to get from the other side the Kreuzfahrtschiff on the other side I hope you are still here I hope you enjoy the rest of the video I hope you enjoyed it I hope you enjoyed it I hope you enjoyed it It hurts like hell And this day just will kill us Oh, and this day just will kill us So can we all rise? Just like this This day just will kill us Kill us This day just will kill us Kill us, kill us, kill us And this day just will kill us Kill us for all the left Kill us for all the left Will us play a video? We're not gonna kill us We're not gonna kill us That's what we're gonna kill us We're not gonna kill you Well, we're not gonna kill you We're not gonna kill you We're not gonna kill you So, das war dann also mein Video von der Mindchef 3. Ich hoffe es hat euch gefallen, mir hat es jedenfalls viel Spaß gemacht hier zu fliegen und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Bis bald, euer Matthias.